Ready, oder? Ready! Herzlich willkommen beim Digital Impulse Studio, dem Format, bei dem wir zusammen mit unseren Gästen über die spannendsten Themen der digitalen Welt sprechen. Ich bin der Marco, das ist der Mika und wir haben heute ein super spannendes Thema und einen super spannenden Gast hier. Mika, übergibt euch hier. Stell vor. Heute haben wir das Thema Künstliche Intelligenz, was wir mit dem Job noch als können. Spannende Geschichte, Künstliche Intelligenz, was ist Künstliche Intelligenz, was kann das Ganze als, wie kann man das anwenden, Chancen, Risiken und vieles mehr. Heute zu Gast bei uns der Thomas, der Römele, Digital Marketing Experte. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich da zu sehen. Wir quatschen heute mal ein bisschen über das Thema Künstliche Intelligenz. Vielleicht kurz zu dir, Thomas. Wo kommst du her? Wo bist du schlussendlich gelandet? Jetzt im beruflichen Werdegang, das finde ich eine ganz spannende Frage, dass du dich so ein bisschen kennenlernst. Ja, ich bin ein Römele in Vorarlberg-Wassmann, dass das Dorrwira ist, eher Richtung Dorrwira. Und ja, woher komme ich her? Ich meine, ich bin so wenig als 95 Kind. Ich bin 95, 98 angefangen, so Webseiten aufzubauen und mir das als Kind schon taugt, also was aufbauen und versuchen, einen Umsatz damit zu generieren. Und ich habe dann aber auch Philosophie studiert und im Studium habe ich mich halt auch viel mit Bewusstsein, Kybernetik und so auseinandergesetzt. Und ja, ich meine, für das hat mich ja immer schon interessiert. Und ja, jetzt ist halt gerade spannend, dass es eben viele neue Tools gibt, durch die Entwicklung für maschinellem Lernen und so, die wirklich auch praktisch enorm so, ja, gute Anwendungsmöglichkeiten haben. Und ja, ich muss hier nicht so seit sechs Jahren Digitalagentur mit dem Fokus auf Online-Werbeanzeigen. Also hast du mit dem Thema Künstliche Intelligenz schon länger zu tun, oder? Weil ich glaube, Facebook, Google haben wir im Vorgespräch auch schon gehabt, sind ja auch Algorithmen und auch Künstliche Intelligenzen, die ja lernen. Ja, ich meine, gerade auch die Frage eben, Kybernetik ist zum Beispiel die Wissenschaft für, geht es um die Frage, wie Systeme im Allgemeinen sich steuern und ich meine, da gehört auch die Frage dazu, wie Systeme Informationen verarbeiten oder ganz einfach rausdruckt, oder was ist überhaupt Bewusstsein, wie trifft unser Gehirn Entscheidungen? Und das hat mich immer schon extrem fasziniert, gerade auch in Verbindung mit Bewusstseinsentwicklung, also wie die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Und ja, eben, und jetzt verbinde ich das halt mit dem, was ich mit einer Firma mache, mit dem Online-Marketing. Und mir taugt natürlich auch die philosophische Perspektive auf das Ganze, weil wir halt uns in einer Zeit befinden, wo, ja, so ein krasser Wandel passiert. Voll, ich glaube, das wird man wahrscheinlich im Gespräch, wenn man das wieder auch noch hat, dass man sicherlich ein oder das andere Mal irgendwo philosophisch abbiegen würde. Ich hätte fast schon mal gesagt, jetzt das ganze Thema, so mal ein bisschen der Kick-Off zum Gehirn, Sie kurz haben, ChatGPT 4, am Markt ganz was Neues, beziehungsweise eine Verbesserung von ganz was Neuem. Was denkst du, was ist denn für die künstliche Intelligenz so? Wo fängt das an, wo starten wir den Kreis mal? Wir hatten ja gestern Abend schon ein kurzes Vorgespräch gehabt und genau zehn Minuten davor habe ich das E-Mail gekriegt, dass eben das GPT 4 veröffentlicht wird. Das ist gestern Abend veröffentlicht worden und da war auch diese, ja, diese Demo von OpenAI gestern Abend und ich habe natürlich schon damit so experimentiert. Und es ist schon, es schaut so aus, als ob eben die Textqualität hat sich schon verbessert und ja, es ist so eine spannende Zeit. Ich meine, es geht jetzt wie Schlag auf Schlag, die Dinge entwickeln sich enorm schnell. Und das Spannende finde ich auch, dass eben, ich meine, es ist ja eigentlich nur so ein sogenanntes Research Preview, das ganze ChatGPT. Und das bedeutet eigentlich, dass eben, die haben das entwickelt und ich meine, sie hauen das jetzt mal auf den Markt, aber es ist noch weit weg für ausgereift. Sondern das Spannende ist schon, dass sie selber nicht wissen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Es gibt jetzt halt eben dieses maschinelle Lernen und das bedeutet, dass sie in einer Maschine eben, ich kann sie mit Daten füttern und sie kann sich selbstständig weiterentwickeln, sie kann selbstständig lernen. Und dann kommt eben sowas wie ChatGPT raus, wo innerhalb von wenigen Wochen schon über Millionen User hat, was davor eine einzige Plattform herkriegt hat. Und das ist eigentlich nur so ein klein, eben ein Research Preview. Und nur das, was aktuell öffentlich ist für den Public, oder? Also wer weiß, was da im Hintergrund noch alles ist. Das ganze Gespräch steht ja irgendwo unter dem Thema Content Creation. Für alle, die jetzt vielleicht zuschauen, was denkst du, was verändert sich durch solche Tools, durch künstliche Intelligenz, alles in der Content Kreation? Ja, ich meine, alles, was mit Wissensgenerierung zu tun hat, ist in einem extremen Wandel. Ich finde es so spannend, weil früher hat man eher gesagt, zuerst werden die einfachen Tätigkeiten automatisiert und so die Kreativität vor allem, Sachen, wo man kreativ sein muss, wo man Ideen braucht, dass das irgendwie als letztes kommt. Und jetzt ist es genau umgekehrt, weil es gibt zwar, Robotik ist eigentlich auch schon ziemlich weit vorgeschritten, aber es ist einfach nur eine Tür, oder? Roboter sind ziemlich Tür. Und ja, aber eben, es gibt ja auch so Tools wie Midjourney, das sind, so, kennt ihr wahrscheinlich auch, da kann man Bilder damit generieren. Und man kann aber eben auch neue Bilder generieren. Also es ist, diese Tools sind sehr kreativ. Ich glaube, da werden die meisten zustimmen. Und ja, es ist spannend. Irgendwie ist jetzt, schaut ihr so, als ob, ja, alles, was mit Wissensgenerierung zu tun hat und gerade auch komplexe Sachen, so zum Beispiel das, was ein Philosophie-Professor alles in seinem Brain hat, das hat ChatGPT jetzt auch mehr oder weniger. Vielleicht doch konkret, wie nutzt du ChatGPT für die Daily Business? Also was sind das konkrete Anwendungsbeispiele, was du da bei dir im Business e-setzt? Ja, ich muss vor allem viel auch zur Textgenerierung, aber ja, ich muss jetzt auch, ich muss neben diesen Dienstleistungen, die ich mir der Agentur anbiete, habe ich auch eine Community für Leute, die sich online was aufbauen wollen. Und da hilf ich den Leuten vor allem mit Technik-Sachen, wie sie ein Website erstellen, wie sie ein Newsletter einrichten, wie sie ein Funnel aufbauen und so weiter. Ja, und wenn man dazu auch eine kleine programmieren kann, dann kann man damit, ja, richtig krasse Programme schreiben, die davor eben viel gekostet haben oder viel Aufwand waren. Ich meine, wir reden jetzt ja viel über GPT, aber Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich auch noch viel mehr und wie wir gestern besprochen haben, auch noch gibt es eigentlich schon mega lang. Was denkst du, wie hat sich das Ganze so verändert aktuell? Ja, ich meine, ich meine, ich habe das beobachtet, also die Version 3, GPT 3 oder was 3.5, ich glaube 3.2 ist im November. Das ist, glaube ich, im November, Ende November ist das rausgekommen. Und ich meine, es gibt ja viele Textgenerierungstools, seit Längerem sind die so wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und man hat das aber gut beobachten können, dass mit Ende November, auch in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, haben das ganz viele angefangen, eine Firma richtig ernst zu nehmen. Ich meine, ich habe auch schon voll ein Funnel-Skript zum Beispiel verwendet, das ist so für Russell Brunson, für ClickFunnels, ist es so die Software, wo auch Werbetexte generieren können hast. Aber das war eben, ich würde jetzt sagen, sehr linear. Ja, und ich meine, ja, es hat schon, Ende November letztes Jahr, haben sie eben ein neues Modell rausgebracht, wo mit mehr Daten trainiert worden ist. Und da hat man dann schon gemerkt, dass die Leute jetzt, dass das wirklich was verändert, oder? Dass die Leute einfach ziemlich begeistert sind. Vor allem, es ist so alltagstauglich worden. Jeder kann es machen, es ist for free und jeder kann es verwenden. Die Qualität von den Texten ist scheinbar so gut geworden, dass sie besser sind wie viele, die eben nicht jeden Tag am Schreiben sind. Ja, du hast es vorher echt gut erwähnt, man hat lange gemeint, aber die kreativen Jobs sind sicher und mittlerweile ist das Ding super kreativ. Also du kannst es für so viele kreative Sachen verwenden, weil halt Kreativität auch irgendwie nur ein Prozess ist und das kann ein Computer halt sehr gut simulieren. Oder ergänzen, oder? Ja, ich habe im Vorgespräch geredet, aber wie du das persönlich auch siehst, oder? Ich meine nicht alle happy, wo das Thema gekommen ist mit künstlicher Intelligenz, oder? Am Anfang waren wir so ein bisschen, na, es nimmt ja Jobs weg und war so ein bisschen eine negative Haltung. Was hast du denn da für Meinung dazu, Thomas, zum Thema, ist das sicher eine Chance, ein Risiko? Jetzt ohne das philosophische Thema abgleiten zum Gespräch, was wir davor kamen, aber siehst du, weil, so wie ich, das ist ja mega, mega interessant. Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Post-Ersteller, Content-Ideen generieren oder zumindest mal Inspirationsquellen zu sammeln. Wie siehst du das? Und was ist deine persönliche Meinung dazu? Ja, ich meine, so in der Systemtheorie, oder, wenn wir das Systemtheoretisch ausschauen, Veränderung ist immer Gefahr. Jedes System versucht, zu sich zu erhalten und versucht, Veränderung zu vermeiden. Und, ich meine, darum löst es natürlich Ängste aus. Aber, ja, wenn sich zum Beispiel ein Einzeller, wenn wir anschauen, wie sich ein Einzeller zu einer Mehrzeller entwickelt, das ist eben dann, wenn die Umweltbedingungen sich verändern, dann wird der Einzeller gezwungen, zu sich ändern, weil er sonst ausstirbt. Und dann ist eben die Chance, dass er sich auf die nächste Ebene wird entwickelt zu einer Mehrzeller. Und, ich meine, so ist es natürlich auch mit dieser Veränderung. Ich meine, wir werden sie nicht aufhalten können. Sie wird kommen. Ich glaube, dass sie auch dem Zeitgeist entspricht. Und, ja, wenn wir sie als Chance erkennen, dann können wir sie nutzen, auf dem nächsten Level zu kommen. Individuell und kollektiv. Also siehst du auf der persönlichen Ebene, diesen Fortschritt auch zu nutzen, oder? Ja, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, und mir, also ich glaube schon, dass wir eine Krise erleben werden, gerade was Wirtschaft betrifft. Und zwar einfach, weil diese Entwicklung, ich glaube, dass es mehr als nur ein iPhone-Moment ist, oder? Das iPhone hat ja vieles verändert. Ich glaube eher, dass es so etwas wie, wo der Strom erfunden worden ist oder der Verbrennungsmotor. Also, ich glaube schon, dass wir am Beginn von einer destruktiven Entwicklung stehen. Und, was solltet ihr damit zeigen? Ja, wir können da, wir werden das nicht ändern können. Wir werden das nicht aufhalten können. Und am Anfang von solchen großen Entwicklungen ist schon in der Regel so, dass die Wirtschaftleistung irgendwie runtergeht. Aber, ich meine, ich bin ja auch begeistert als Snowboarder. So, ich liebe Snowboarden. Ich habe, wo ich studiert habe, habe ich immer im Winter am Allberg gewohnt und habe auch ein bisschen Guiding gemacht und so in der Skischule geschaffen und so. Und, ich meine, wenn man jetzt, wenn es eben schneit oder wenn es richtiger Schneesturm hört, so wenn es dicke Flocken hat, dann blieben die meisten lieber daheim. Aber aus meiner Sicht sind das die besten Tage zum Berger. Und zwar einfach, weil, wenn es Schneesturm hört, erstens mal ein Massignal im Schnee. Und ich meine, du musst dich halt gut anziehen, oder? Es ist kalt, der Wind weht und so. Du musst dich gut vorbereiten, du musst dich gut anziehen. Du kannst schon nicht überall fahren, du musst zum Beispiel eher in den Wald gehen, weil dort hast du mehr Kontrast, oder? Und dann kannst du aber richtig Gas gehen und du hast das Gebiet für dich auch nicht. Und ich meine, du musst aber zum Beispiel auch eher mit einem guten Team, mit guten Freunden anbergen, einfach weil zum Beispiel auch die Rettungsmannschaften, oder? Falls es in den Lawinenabgang geht, hätten natürlich auch schwerte Bedingungen, wenn es einen richtigen Schneesturm hört. Ja, und ich meine, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir wirklich in eine Krise kommen, dass sich wirtschaftlich viel verändert, ich sehe das wie einen Schneesturm. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf. Ich finde, es ist eben wie, wenn es am Berg Schneesturm hört. Es werden sich extreme Chancen ergeben, so. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, um so privat oder auch beruflich richtig Gas zu geben. Da ergänzt sich ganz viele neue Lines, die man jetzt mal fahren kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Das fand ich eine von den allerschönsten Metaphern, die ich wahrscheinlich jemals gehört habe, was das Thema einmal angeht, weil es unglaublich treffend ist. Ich sehe es wirklich so. Und ich meine, ich gehe auch wirklich gerne, wenn es richtig Schnee schneit am Berg und es gibt Vollgas. Absolut. Was denkst du, was sind denn so die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergänzen? Wir haben jetzt vorhin ein bisschen über die Content-Kreation geredet und ich glaube, jeder, der ein bisschen in dem Thema versiert ist, der weiß, okay, in dem Thema gibt es wirklich viele Möglichkeiten, gerade durch GPT. Was denkst du, was sind vielleicht noch so Themen, die sich durch künstliche Intelligenz entwickeln können, beziehungsweise Themenfelder, die sich sehr stark verändern können? Ja, ich meine, so die Frage ist vielleicht eher, was wird sich nicht in den nächsten zehn Jahren enorm verändern? Ich meine, ich meine, ich habe jetzt gerade auch eine Kernsanierung gemacht von einem alten Haus und ich glaube, zum Beispiel ein Elektriker oder gerade eben, wenn man so ein Haus anschaut, wo schon älter ist und da ist ja jeder Handgriff, ist was anderes. Also, ich glaube, Handwerker wird so, das wird in den nächsten zehn Jahren, das wird sich nicht verändern, die sind ja jetzt schon ganz gefragt und es wird einfach eine, Robotik wird sich sicher auch verdammt schnell entwickeln, aber es wird nicht, es wird noch länger dauern, bis es billiger ist, oder? Also wieder Mensch. Aber ja, die meisten Branchen werden fix für den Wandel betroffen sein. Wo denkst du, wo sind so Themen wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, die ganze Algorithmen und was denkst du, wo finden die in nächster Zeit wahrscheinlich sehr schnell mal einen Einsatz? Ja, also ich meine, zum Beispiel mit einer Agentur, ich meine, man muss natürlich immer dazu sagen, wenn wir jetzt das Beispiel Programmieren auch schon, wo wir vorher schon gehört haben, oder? Mit dieser Conversion-API zum Beispiel, du musst natürlich schon den Code verstehen, oder? Ich meine, ich habe zwar schon, ich glaube, ich habe mit 30 oder 40, habe ich meinen ersten Freelancer-Auftrag als Programmierer, habe ich so gekriegt. Ich habe einfach im Internet, habe ich das auch geboten und das war halt die Zeit, wo das noch niemand können hat und ich meine, das heißt, ich sage jetzt mal, ich habe Grundlagenwissen, oder? Ich kann schon den Code lesen, aber ich habe ihn immer ewig gebraucht, wenn ich mal ein Programm schreibe, weil ich das nicht so oft mache, weil ich dann halt das irgendwie die ganzen Befehle selbst suchen habe müssen. Und für so jemanden, wie ich der Grundlagenkenntnisse hat, sind diese Tools genial, weil ich damit jetzt einfach auf einem ganz anderen Niveau programmieren kann und vor allem in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und ich glaube, das Gleiche gilt für ganz viele Bereiche. Also du kannst nicht erwarten, dass diese Tools komplett selbstständig vor die komplexen Projekte abwickeln. Das wird schon noch länger dauern, aber wenn eben weißt, erstens mal, was für Tools es gibt und auch wie diese Tools nutzen kannst, wie zum Beispiel Prompt Engineering machst, also wie eben diese Anweisungen auf eine gewisse Art machst und wie auch deine Anweisungen verbessern, Schritt für Schritt. Und wenn du ein konkreter Use Case hast und du einfach wirst, was du willst und Ahnung von der ganzen Thematik hast, dann kannst du Prozesse aufbauen, die dann mit diesen Tools enorm beschleunigt werden. Und ja, du kannst dir dann einfach, ja, Mitarbeiter sparen, oder? Du kannst einfach den Speed of Implementation, kannst du einfach hochschrauben. Mitarbeiter sparen, ja. Ja, ich meine, wenn wir uns jetzt, es wird oft das Beispiel gebracht, der Traktor zum Beispiel, wo der Traktor erfunden worden ist, hat es natürlich extrem viele Arbeitsplätze gekostet, oder? Weil davor war ein Großteil für die Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Aber natürlich braucht es so jemand, der den Traktor fahren kann und es braucht einen Mechaniker, der den Traktor wartet. Und ja, es entstehen ganz viele neue Jobs. Und ehrlich gesagt, ich persönlich finde auch, dass coole neue Jobs entstehen, oder? Durch diesen Wandel jetzt. Also ich glaube, dass so diese Tools helfen uns zum schneller agieren. Und es wird natürlich schon eine Umwandlung geben, oder? Ich meine, so selbstfahrende Autos, das passiert ja auch auf künstlicher Intelligenz. Und das kommt in den nächsten zehn Jahren. Also zum Beispiel die ganzen LKW-Fahrer, die, ja, das ist schon die Frage, oder? Was machen die ganzen LKW-Fahrer, wenn eben die LKWs, die mit KI fahren, sicherer sind als wie der Mensch? Also wahrscheinlich wird es früher oder später verboten werden, dass der Mensch Autofahrt, weil es eben zu gefährlich ist. Oder weil der Computer macht es eben viel sicherer. Ja, umso wichtiger, dass man auch, ich sage jetzt mal, den Zahn der Zeit erkennt und so Sachen auch wahrnimmt. Wie jetzt zum Beispiel das Thema mit JGPD und Künstliche Intelligenz. Und diese Chancen auch sieht und nutzt und sich auch traut, glaube ich. Marco, mal so ein Tool zum Nutzen, mal eine Eingabe zu machen und mal zum Schauen, was rauskommt, um daraus zu lernen. Und dann vielleicht sogar Prozesse und neue Möglichkeiten aufzudecken, wie man sich vielleicht auch persönlich anders denn aufstellen kann. Und diese Chance, diesen Sturm, vielleicht der jetzt gerade aktuell passiert, so zum Nutzen, dass wenn der Sturm dann irgendwann einmal vorbei ist, ich aber dann genau dort stand, wo ich sage, das ist aber eine geile Line, wo ich fahren kann. Und da ist noch keiner gefahren und das ist genau das, wo ich mich wohlfühle, oder? Ja, absolut. Also ich stimme dir da zu 100 Prozent zu. Ich fand es ja vorhin spannend, weil du gesagt hast, wenn die Autofahrer, also die LKW-Fahrer automatisiert werden, wie ist das dann aber immer irgendwie die Frage der Ethik, also der KI-Ethik? Wie siehst du nur das, was sind da vielleicht die Ansätze, die man treffen muss? Was machen wir uns mit Ethik? Also zum Beispiel das klassische Beispiel, wir haben vorhin ein ähnliches Gespräch schon gehört, das klassische Beispiel mit, wie entscheidet sich die künstliche Intelligenz, wenn es zu einer Notsituation kommt. Ich kann nicht auswieher, aber wenn ich auswiehe, ich treffe eine achtköpfige Gruppe oder ich fahre in die Wand hinein. Solche Themen von der künstlichen Intelligenz. Was siehst du, wo sind da vielleicht so diese ethischen Herausforderungen, die dadurch entstehen? Also die Frage für Kontrolle, wie wir diese Maschinen kontrollieren können. Oder die Frage, wie bringen wir die Maschinen bei, zum ethisch und moralisch richtig zu handeln. Beide Richtungen. Ja, ich meine, ich habe auch eine drühe junge Tochter und ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht, so, ja, wie schaffe ich das, oder? Dass ich eben, ja, sie in eine Richtung bringe, wo es ihr gut geht, so. Und ich glaube, dass eben Kinder, die machen nicht unbedingt das, was du zu ihnen sagst. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Aber sie machen das, was sie bei dir sehen, oder? Du bist ja Vorbild. Und es gibt auch Mo Gavdat, der ehemalige Chef für Google X oder Innovationserteilung von Google, der bringt ja ein ähnliches Argument, dass halt eben die KI schon, sie schufen am Stadion, wo sie wie unsere, wie ein Kind ist eigentlich. Und ja, die KI wird auch nicht unbedingt das machen, was wir zu ihr sagen, aber sie wird uns vielleicht als Vorbild sehen, oder? Sie wird das machen, was sie bei uns sieht. Und insofern, ich glaube, der beste Zugang zu eben, zu der Frage, oder wie können wir kontrollieren, dass eben auf der anderen Seite Maschinen ethisch und moralisch in unserem Sinne handeln. Ich glaube, ja, wir müssen uns darauf konzentrieren. Wir müssen versuchen, ein gutes Vorbild zu sein. Ich finde, heute geht es darum, dass jeder, ja, so sein Ding macht, oder? Also, für mich, so mein höchstes Ziel ist, dass ich ein zufriedenes Leben führe, dass ich ein Leben führe, wo ich mein Potenzial auf den Boden bringe, oder wo ich am Morgen mich freue, dass es ein neuer Tag ist, oder wo ich zum Beispiel eben, wenn es Schnee stumm hat, oder rausgehen kann, zum richtigen Gas geben. Aber das ist darum, ich höchstes Ziel, weil, ja, wegen meiner Tochter, oder? Weil ich ein gutes Vorbild sein will. Und weil ich mir für sie wünsche, dass sie zufrieden ist und ein gutes Leben hat, weiß ich, dass ich versuchen muss, das so gut wie möglich vorzunehmen. Und ich glaube, ja, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, oder was die Menschheit aktiv macht, zum unter anderem auch KI auf eine positive Weise zu gestalten, dann würde ich sagen, hey, so, jeder muss schauen, dass es ihm gut geht und dass er eben sein Ding macht, sein Potenzial auf den Boden bringt. Ja, wie die ähnliche Frage, die wir gehört haben, wie schauen, wie stellen wir unsere Welt vor, die für alle funktioniert, oder? Das ist eine Folge mit dem Jodok-Buttlog, die man da noch empfehlen kann, ja. Wie stellen wir unsere Welt vor? Das war seine Abschlussfrage praktisch. Wie stellen wir uns, korrigieren wir, wie stellen wir unsere Welt vor, also, dass man sich die Frage stellen soll, wie wir uns die Welt vorstellen, wenn sie für alle funktioniert. Das ist eine Gurk-Gott. Das ist eine Gurk-Gott. Triffst du da sehr gut. Ja, ich glaube, hey, es soll sich jeder mal trauen, selber die Frage zu stellen, oder? Wie soll die Welt ausschauen, dass es mir Gurk-Gott? Weil es ist definitiv so, wenn ich in einem Raum bin mit Leuten, die ihr Ding machen, die den Mut haben zu dem Leben, was in ihnen steckt, hey, das ist Magie, so, das macht Spaß. Es ist immer cool mit Leuten, die sich zum Austuschen, die, ja, die beispielsweise Bock haben, richtig Gas zu geben, auch wenn es stürme, halt so, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Ziel, oder? Dass man genau die Leute so motiviert, dass sie sich das mal trauen, oder? Und das war auch, glaube ich, im Vorgespräch eins, wo dir ganz wichtig war in deinem Gespräch heute, dass du mehr die Chance aufzeigen willst und die Möglichkeiten und die Potenziale, die das Thema Künstliche Intelligenz ja mitbringen, weil du hast ja einen Kurs da am Digitalkampus, du bist ja selber coach, du unterrichtest ja das Thema Content-Kreation mit Künstlicher Intelligenz. Oder du hilfst ja oder versuchst ja, Hilfestellungen zu geben, woher jeder denn entsprechend nutzen könnte, oder? Also vielleicht nochmal kurz zum Thema Kurs. Was erwartet die Leute, dass du ihnen was zorgst? Ja, ich meine, wir werden uns natürlich verschiedene Tools vorstellen und aber auch allgemein das Mindset, was man braucht, so mit diesen Tools zum Arbeiten. Allgemein sind auch die Prozesse enorm wichtig, weil es ist einfach so, wenn es jetzt zum Beispiel um Textgenerierung geht, oder wenn du jetzt zum Beispiel Blogartikel schreiben möchtest, vielleicht zum sichtbar werden, also in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung. Es ist halt allgemein, zuerst einmal, du buchst ein Ziel und einen Rahmen und immerhin, wenn denn, der nächste Schritt macht und die richtigen Tools dazu ziehst, oder? Wenn du diesen Workflow implementierst und dann nötigst du auch Tools, die dich unterstützen, zum Beispiel die Texte schreiben oder sogar für die Ideenfindung oder dann für die Optimierung. Da gibt es ganz viele Schritte. Und ja, im Kurs möchte ich das halt gut runterbrechen, wie man die Workflows aufbaut, wie man die Prozesse aufbaut und wie man dann die Tools dazu nimmt. Und wie man dann halt einfach, ja, so eine Maschine aufbaut, die voll effizient Aufgaben erledigt. Und jetzt haben wir da ein Beispiel genannt, Blogartikel schreiben, aber Bildgenerierung wird doch ein Teil vom Kurs sein. Da gibt es jetzt auch bei Midjourney bald eine neue Version. Der Kurs ist ja im Mai erst, wenn ich mich richtig erinnere, bis dahin wird sich schon wieder viel getan haben. Also ich momentan, jeden Tag entdecke ich neue Use Cases eigentlich, weil ich jetzt natürlich viel mit Tools beschäftige, auch viel mit Chat-GPT-Arbeit. Ich will nur viel am Content generieren. Und ja, also es wird halt um strukturiertes Arbeiten geben. Es wird auch sicher, ein Benefit wird auch sein, dass man lernt, produktiver zum Arbeiten, weil ich halt einfach so meine Workflows teile. Und natürlich kann man mit diesen Tools so, wenn man eben Schritt für Schritt vorgeht, kann man sicher seine Produktivität enorm steigern. Was sind die Top-Tools im Bereich AI? Also wir haben Chat-GPT gehört, Midjourney haben wir gehört. Was gibt es noch für auch zwei Tools, wo du siehst, die nutzt du selber und für was sind die? Ja, ich meine, es gibt auch Chasper, es gibt natürlich ganz viele Tools, die aber eigentlich alle auf die API für OpenAI zurückgriffen, oder? Indem man auf das GPT 3.5, das ist einfach das Textgenerierungsmodell, das seit, also das war bisher am aktuellsten, wobei, seit gestern Abend gibt es eben schon die nächste Version. und also ich habe inzwischen auch eigene Programme entwickelt, die diese API nutzen und ich muss im Kurs wie sicher auch diesen Teil vom Kurs sein, wo ich auch zeige, wie man eigene Programme entwickeln kann, weil diese Tools wie Chasper und so im Endeffekt verwenden sie auch nur bestimmte Prompts und es ist schon ein kleines komplizierter, aber ich finde vor allem muss man lernen, wie man selber so gute Prompts schreibt und man muss einfach vor allem arbeiten mit diesen Tools und sie ausprobieren. Man muss wie so kleine ja verstehen, wie diese Tools denken, wie das funktioniert und ich hoffe, dass ich da mit den Beispielen, wo ich da präsentieren werde, hoffe ich, dass ich da ja irgendwie einen guten Input liefern kann. Bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Checket Website aus Digitalkampus Vorarlberg, gibt noch eine Infoarbeit dazu, schauen vorbei, informieren euch und sicher mega spannend. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass man richtig mit den Tools umgeht, wie lernt man sowas? Was ist, wenn jetzt jemand zulässt, das hört sich voll spannend an, was die da über GPT-4 reden, wie fange ich da über halb und halb mal, wie fange ich da richtig an, wie prompte ich richtig? Ich meine, mir fällt da ein, ich bin mal ein paar Monate mit dem Motorrad durch Sri Lanka gefahren und dort habe ich aber auch bei einer Foundation so einen WordPress-Kurs gehalten oder habe ich den Einheimischen gezeigt, wie man eben mit WordPress eine Website erstellen kann. Und ich meine, ich finde, die Frage war jetzt ja, wie lernt man damit umgehen, mit diesen Tools? Und ich finde, man muss immer ein eigenes Projekt hier, man lernt immer aus der Praxis, du musst immer einfach machen. Und ich meine, ich weiß aber, dort habe ich ja die Idee gehabt, jeder macht sich ein Projekt, jeder hat vielleicht einen Kollegen, der ein Gästehaus oder so hat und macht einfach den eine Website. Und das Problem war klar, dass in dem Schulsystem von denen in Sri Lanka sind sie halt nur gewöhnt, dass der Lehrer was vorsagt und die Schüler meinen es noch. Sogar im Englischunterricht haben sie nur der Lehrer, ich war um, es hat doch Englischkurse gekriegt oder nicht, ich habe mir das mal angeschaut. Und dann, ja, da hat halt der Lehrer den englischen Satz gesehen und sie haben es noch geredet und sie haben es nicht hergekriegt, dass sie irgendwie selber denken und ein eigenes Projekt machen und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass sie halt auch was vorgemacht sind, alle haben es noch gemacht. Ja, aber ich hoffe, dass ich damit gut in die Frage beantworten kann. hey, du lernst fix gerade auch mit diesen Tools, du lernst nur durchs Tun. Du musst einfach machen, ein bisschen anhand von einem praktischen Projekt und ja, es gibt ja diese Idee für die 10.000 Stunden, wenn 10.000 Stunden investierst, zum Beispiel mit Chat-JPT Dinge zu bauen, dann bist du Experte, Dann du verstehst, wie das funktioniert. Und wenn es nicht 10.000 Stunden sind, sondern 5.000 oder 2.500 oder 1.000 sind es auch schon auf jeder Fall mal die richtigen Schritte in die richtigen Richtungen. Ich meine, du kannst natürlich schon den Speed oder du kannst den Weg abkürzen, wenn du halt zum Beispiel so einen Kurs machst oder wenn du jemanden hast, wo du Erfahrung hast und der die in die richtige Richtung leiten kann, aber du musst es trotzdem machen. Also, nur wenn du jetzt so einen Kurs machst, wirst du nicht wirklich lernen, wie das funktioniert. Du musst es umsetzen und dann musst du auch Sinn und Fehler lernen, was auch bedeutet, dass du Fehler machen musst. Und ja, je mehr Fehler du machst, je mehr ausprobierst, desto schneller entwickelst du dich. Ich glaube, das ist mit allem das Gleiche. Cool, ja. Ich bin gut. Ich habe gerne... Ich bin auch... Ich bin so weit durch. Nein. Nein. Schau mal, wir reden jetzt, wir reden eh allgemein ganz viel über das GPT-4 und das Grundthema ist eigentlich künstliche Intelligenz, aber ich glaube, das ist sicherlich das nahbarste Thema für alle Zuhörer, natürlich, weil es jeder gleich ausprobiert kann. Ich möchte trotzdem für alle, die vielleicht nicht ganz wissen, wie das Ding funktioniert oder macht, hast du vielleicht ein paar Praxisbeispiele, die man die GPT-4 oder allgemein in der Praxis wirklich helfen können. Also wenn du einmal zuschaut, hey, ich habe einen Digital-Betrieb oder hey, ich bin im Marketing oder was auch immer, was sind wir nicht so konkret, dass ihr ein Bild kriegen, was sind so konkrete Beispiele, die man damit machen kann? Ja, du hast halt einfach einen Assistent, dem du Fragen stellen kannst, das ist ein Anwendungsbereich, und du kannst auch als Handwerker so, ich meine, es ist schon vor allem so, alles, was mit Wissen zu tun hat, oder? Also du kannst dem Chat GPT sagen, es soll die Rolle von einem Professor einnehmen und dann kannst Dinge diskutieren und oder du kannst auch sagen, es soll die Rolle von einem Fitnesscoach einnehmen und dann machst du einen Ernährungsplan und einen Fitnessplan bezogen auf deine Ziele und auf deine Ausgangsbasis. Das ist ein Aspekt, dass es eben ein Assistent ist, der dir hilft, so Fragen zu beantworten oder eben Pläne zu erstellen. Und ein großer Aspekt ist schon das Brainstorming, Ideenfindung für alles Mögliche. Ich meine, im Marketing gibt es natürlich viele Gebiete, wo man Ideen braucht, also zum Beispiel für Blogartikel oder das Beispiel haben wir schon gehört, Ideen für Blogartikel, also das Brainstorming ist ein Gebiet, dann ein Gebiet ist eben auch Textgenerierung, das haben wir auch schon gehört. Ja, es gibt wirklich viele Anwendungsfälle und immerhin, wenn du dann dazulernst, wie man auch diese API nutzt, dann kannst du es auch zum Beispiel verwenden, dass es dir hilft, E-Mails zu beantworten, also mit dem Customer Support. Automatisch? Ja, ich meine, du kannst halt eben, wenn du die API nutzen kannst, oder kannst du mit einem simplen Programm, kannst du es zumindest halb automatisieren. Also, ich würde jetzt nicht empfehlen, die ganzen Support-Tickets für den Kunden ganz automatisch zum Beantworten, aber du kannst schon mal den Vorschlag generieren, und dein Mitarbeiter wird es dann korrigieren und anpassen und wird so einfach schneller die Anfragen beantworten können oder zum Beispiel auch, du kannst ja eine Datenbank machen für den häufigsten Fragen, die deine Kunden stellen und ja, du kannst halt einfach, also, es ist nicht so, dass es die Dinge komplett automatisiert, das würde ich nicht empfehlen, weil die Qualität ist noch nicht garantiert besser als wie für ein Mensch. Es muss schon überarbeitet werden, natürlich. Ich glaube, so gut 70, 30 oder 80, 20, wenn man pariertum mag, Regelung ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, oder so wirklich, 80 Prozent kann das Ding verarbeiten, die letzten 20 Prozent stecken. Es kommt ganz aufs Thema drauf an, also bei der Textgenerierung zum Beispiel. Wo muss man noch aufpassen? wo sieht man, dem Ding kann man nicht blind vertrauen? Was sind solche Themen? Ja, ich meine, du kannst dir da nicht zu 100 Prozent auf die Fakten verlassen, natürlich. Und ich meine, es ist schon ganz spannend, weil eigentlich niemand ohne die Leute, die diese Tools entwickelt haben, verstehen zu 100 Prozent, wie sie eigentlich funktionieren. Und ich meine, es gibt auch diesen Aspekt, dass die Firmen, die diese Tools öffentlichen, natürlich auch sie haben wie Angst, dass, es hat ja mal diesen Twitter-Bot gegeben für Microsoft. Der Nazi-Bot. Ja, genau, der homophobe. Der dann eben, ja, voll die Nazi-Aussagen rausgelassen hat und dann haben sie ihn abschalten müssen. Und ja, es gibt ja auch bei ChatGPT gibt es diesen Jailbreak, wo man einfach einen Befehl eingibt und dann verhaltet sich der Bot so, also ohne diese Einschränkungen, die einprogrammiert worden sind. Also, und ich meine, das ist ganz spannend, so, ja, ich könnte jetzt dann eine lange Geschichte draus machen, aber ja, es ist ja, man könnte, wie gesagt, du hast dieses, dein Vorwissen mit Philosophie ist da wahrscheinlich recht spannend, dass man da ewig über das Thema drüber diskutieren könnte, auf jeden Fall. Ich glaube, eine ganz simple Frage, was kostet ChatGPT zum Beispiel? Ja, ich meine, die Research Preview ist momentan kostenlos und es gibt auch für 20 Dollar im Monat, jetzt so die neueste Version, ist nur für die Plus-User verfügbar, die sie 20 Dollar im Monat zahlen und es ist aber auch die API richtig günstig, also, wenn man das jetzt in seinen, zum Beispiel eben, wenn man eine Firma hat hat und man hat viele Anfragen für Kunden, viele Support-Tickets für Kunden, wenn man da so ein Programm schreiben will, das einem hilft, zum Beispiel eben, wie gesagt, die Tickets zum Beantworten oder diese Datenbank mit der häufigsten Fragen aufbauen, diese API was ist notwendig, aber es sind ein paar Cent pro tausend Wörter, glaube ich, es ist irgendwie, es ist irgendwie vielleicht auch das Erschreckende, es ist eben, es ist eigentlich sehr leistbar, ja. Naja, gut, im Prinzip kann ich es ja auch kostenlos nutzen, also noch, noch, oder Thomas, also, da du es, wenn ihr zuschaut, ich kann jetzt starten, ich kann jetzt reingehen, ich kann es jetzt nutzen, ich glaube, das Einzige, du musst dich halt seinen, du musst halt irgendeine E-Mail-Adresse, wo du halt registrierst und den kannst du eigentlich loslegen und die ersten Prompt schon mal lustig schießen und mal schauen, was das Tool so für dich parat hat, oder? Ich meine, ich weiß ja, irgendwann im Dezember hat mein Daddy mich angerufen und gesehen, hey, so, er hat da, er hat das da Zeit im Bild, glaube ich, hat er das gesehen, das ChatGPT, das ist schon immer so ein Zeichen dafür, dass es richtig im Mainstream eingelangt ist, wenn die Eltern einen anrufen und nach einem Tool fragen, ich kann mich erinnern, und bei Bitcoin war das auch so, dass mich Dad mir irgendwann angerufen hat und gesehen hat, hey, was ist das eigentlich mit diesem Bitcoin? Ja, aber wahrscheinlich war der Weg schneller zu GPT, weil das ist wirklich von 0 auf 100 da gewesen, oder wie wir auch schon gehört haben, wie du vorhin gesehen hast, das hat ja mega schnell die Millionen Nutzermarke knackt. Ja, ich glaube in vier Wochen oder negativ Jahren. Absolut crazy. Ja, ich würde auf jeden Fall immer beim GPT Bitte und Danke sagen, weil man weiß ja ob sich die AI irgendwie gegen uns revolutioniert und dann waren wir wenigstens freundlich zu ihr. Zumindest haben wir Bitte und Danke gesehen. Zumindest haben wir Bitte und Danke gesehen. damals gibt es für deine Zeit oder irgendwas, was du noch zum Thema AI und oder ringsum AI, ringsum Content Creation, ringsum loswerderwildsch oder wo man also meine Botschaft ist schon einfach so überleg dir, was du wirklich willst, hab Vertrauen und zieh es einfach durch und geh nicht passiv durchs Leben und lass die programmieren, entweder für den Facebook-Algorithmus oder für Nachrichten oder was auch immer für Medien, sondern sei aktiv, sei selber ein Creator, lern, wie du Inhalte erstellen kannst und immerhin, wenn du Inhalte erstellen kannst, wenn du rausgehst mit deinen Themen, kannst du dein Business damit aufbauen, du kannst deine Chancen auf den Arbeitsmarkt steigern, weil alle Unternehmen brauchen diese Skills, alle Unternehmen brauchen Content Marketing und ja, Exciting Times nützt die Chancen und gib richtig Gas. Absolut, das waren richtig gute Abschlussworte. Micha, gib zu dir. Thomas, vielen lieben Dank, das war ein paar interessante Einblicke und ich hoffe, dass du da auch unsere Zuseher bei interessante Einblicke hätten auf jeden Fall und echt cool, also ich denke, das sind jetzt das letzte Mal, dass wir über AI philosophieren. Ja, vielen Dank Danke euch, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuschauen, ciao, ciao, ciao.